So, live! Boom! Befördert! Und, ähm... Ja, ich spiele ein bisschen Battlefield 4. Wenn ihr wollt, kann ich dazu auch mal was zeigen später. Ähm... Mein Computer ist halt, wie gesagt, im Arsch. Als ich letztens eine neue Folge von Alien Isolation rechnen wollte, hat er nur noch eben Diashow mäßig gezeigt. Und er hat auch die Stimme nicht mehr richtig aufgenommen. Das Problem hatte ich früher schon mal gehabt mit meinem Laptop. Eine Weilebank voll gewesen. Und, äh... Mein Computer ist jetzt auch voll. Macht also dementsprechend nicht mehr richtig. Hab ja abgegeben jetzt. Und, ähm... Na ja, wird's eine Weile dauern, bis jetzt neue Videos kommen. An sich. Drei Stück müssen wir noch. Er schiebt es. Er schiebt es auch. Und das war's. Äh... Deswegen wird das jetzt mal, äh... Sprich, letzte Aufnahme hat er so nicht wirklich mitgenommen. Das hört sich jetzt, ähm... So... So... Wie man schon in früheren Videos von mir mal hören konnte. Ähm... Deswegen, äh... wird das jetzt erstmal eine Weile nicht mehr kommen. Auch das hier ist jetzt... Unausgeschnitten. Das heißt, alles was ihr im Vordergrund hören konntet und sowas. Habt ihr nicht gesehen. Bleibt drinne, weil ich es nicht schneiden kann. Ähm... Das als eure Zusatzinformation. Und, ähm... Vielleicht nur die für's zu sehen. Wie immer, schreibt es in die Kommentare und ... Hoffentlich sehen wir uns auch mal online. Tschüs! Tschüss.